hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren minecraft folge hier bei mir auf dem kanal elf heben zu robin ich hatte mir gedacht ich nehme mir was auf ich habe zwar nicht ganz so viel zu mal zeit vom aufnehmen aber ich dachte deswegen nehme ich mir was kleines auf und da habe ich gedacht gehe ich doch mal auf hive wie er hört wie er vielleicht hört habe ich jetzt auch mal ein neues mikrofon nämlich das roh der nt1a das finde ich von der qualität einfach super weil ich meine es hat nur ein eigengrauschen von fünf dezibel und dann muss es auch ganz einfach für mich einfacher für mich ich weiß es nicht ob ihr noch ein ob ihr noch einen unterschied hört wenn ihr schreibt es immer in die kommentare manche werden es bestimmt wieder sagen ich kenne euch ja manche von euch werden es bestimmt wieder sagen total unnötige investionen 450 euro das ist doch totaler schwachsinn nicht unbedingt also ich meine ich habe das mikrofon habe da ist noch das schöne behringer xenix 1202 mischpult und audio interface was mir dann die ganze phantom speisung power da liefert ja und das habe ich dann halt auch alles schön an meiner musikanlage angeschlossen dafür kann ich auch noch ganz gut verwenden aber ich habe halt auch so das ganze überlegt kann während der aufnahme auch den regler das level und den gain regler dann noch verändern so dass ich auch nicht übersteuert während der aufnahme kann ich habe ich immer im blick dieser led anzeige da und ich meine das ist einfach super und gerade auch während der rauschen entfernung nur fünf dezibel rauschen das hört man gar nicht und deswegen brauche ich keine rauschen entfernung machen und deswegen ja gehe ich auch nicht mehr laufig und nicht mehr gefahr dass mir jetzt die aufnahme dadurch versauert dass ich jetzt nicht in der lage bin die rauschen entfernung funktion ordentlich zu nutzen ja aber ich finde das richtig toll wie ich es jetzt habe und das ist ja hauptsache dass es mir gefällt so ich dachte mal wir spielen heute noch mal weil ich halt nicht ganz so viel zeit zum aufnehmen habe mal wieder das kleineres und dafür dachte mal pvp und dann dachte ich gleich an trouble in mein will und dann würde ich sagen ja spiel noch mal eine runde so ich würde sagen gehen da noch mal da rein so dann vote ich mal slash vote map dann nehme ich doch einmal die unknown map oder ne ich nehme mal frozen cargo das habe ich gerade auch eine ganz schöne map so dann geht es auch in 75 sekunden los was mir auch letztes mal aufgefallen ist wenn ich da hinten in den wasserfluss hochsteige aufs dach moment da gehe ich gleich mal hoch jetzt mit dem neuen mikro macht es auch gleich wieder viel viel mehr spaß aufzunehmen deswegen werden wahrscheinlich nächstes hat immer ein paar mehr videos kommen schätze ich jetzt mal also wird bestimmt richtig schön ja es wird schon toll naja oben ist nämlich so ein schild wo ich mich gewundert habe das nennt ihr steht drauf you reach the top receive oder wie auch immer das ausspricht one free pass da ist die frage das ist ja pass denke ich verbinde ich mal gleich mit traitor pass und deswegen weiß ich jetzt nicht ob das ist wirklich so gemeint ist ich meine ich habe schon mehrmals auf rumgeklickt aber nichts passiert muss man da irgendeine spezielle technik anwenden oder ist es einfach nur ein scherz dass man einen kostenlosen pass bekommt oder also ich würde es gerne mal wissen nämlich interessiert es gerade irgendwie ein bisschen also wenn ihr euch damit auskennt mit hyphen generell wisst was es damit aussieht dann schreibt es doch in die kommentare frozen cargo has won da geht es auch gleich los nico star lp ario hacker gott immer diese leute die behaupten jemand seinen hacker so ich hätte gerne kiste da ist die kiste da ist die kiste danke oben habe ich schon mal brauche ich nur noch ein gutes schwert am liebsten natürlich ein steinschwert aber ich mache mir mal nicht zu viele hoffnungen weil meistens ist so dass ich dann gerade dann nur also einen billigsten keine ahnung auf jeden fall nichts gutes bekomme ich muss mal gucken steinschwert brauche ich noch ich hoffe ich bekomme ja noch irgendwo ein steinschwert hier wohl eher nicht aber obwohl ich gehe mal ganz runter hier waren ja wohl schon die ganzen leute so wo geht es denn da da oben da ich finde eisenschwert ach der ist sowieso nicht oder obwohl ich denke aber wenn ich jetzt hier runter falle dann bin ich tot so das gehört mir das gehört mir ganz allein das eisenschwert ist meins vier drei zwei eins so gut so ich bin innocent super eisenschwert und bogen und 32 feile was will ich denn mehr so innocent ich würde sagen ich gehe erst mal zum tester hin und gucke mir das dann mal um wie es da so aussieht da oben schlagen sich schon leute kann ich ja auch ja kann ich dann gehe ich doch gleich mal in den test da rein hallo was ist denn hier los also sehr einfach so genau und der tester für die leute das noch nicht wissen der funktioniert folgendermaßen also wenn jemand traiter ist dann leuchten oben die lampen ähm ok gut ich bin innocent wieder mal ich würde so gern mal traiter sein im let's play aber das habe ich bisher irgendwie noch nicht so ganz geschafft das ist ja irgendwie grad sonst werde ich mal traiter wenn ich alleine spiele aber wenn ich im let's play bin dann werde ich irgendwie nie traiter das ist ein problem ähm mal schwer für mich herauszukriegen wer ist was da muss ich dann immer so ein bisschen rumprobieren das ist irgendwie alles ein bisschen also nicht kompliziert immer als innocent weil man halt nicht weiß wer was ist ich gucke mich einfach mal ja ja gut es sind ja genug detektives dann wird ja wohl erstmal obwohl es gehen ja alle auf der also ich bin als innocent noch nicht ganz so geübt habe ich auch letztes mal glaube ich schon mal gesagt in der erfolge ähm das wird sich hoffentlich dann nochmal oh 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 das war ein innocent das war ein innocent das war auch ein detektive ne das was ist da grad etwa ein ah ne 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 so ich würde sagen ich geh nochmal hier runter ha was sollte das denn jetzt ach wahrscheinlich ein traiter ok na äh man ich hab ich hab nicht genau gesehen wer mich jetzt gehittet hat deswegen ach alles ein bisschen kompliziert so ich würde sagen gehen ja das war jetzt ja echt kurz also nochmal gleich zurück in die lobby und dann geht es gleich ins nächste spiel äh wo kann man denn schön rein die kann man eigentlich überall statt da und so ich gehe ja immer gerne in ein spiel wo schon einige drin sind so dann nehme ich diesmal einfach mal die map cabin in the woods ja am besten fünf ähm und dann ja würde ich sagen sehen wir uns gleich in der runde wieder drei zwei eins null wohl so jetzt geht es in die runde und jetzt geht es auch gleich schon weiter ähm ich muss mir wieder kisten finden das ist immer am anfang mal das schwerste für mich finde ich weil ich irgendwie weiß ich nicht in die kisten bekomme äh oder eher schwer äh ne nie stimmt ja auch nicht aber ich bekomme ich irgendwie ich äh da ist bei mir immer sehr schwer in der map mein will geht es noch und in manch anderen maps auch noch äh wie frozen cargo weil bei den eisenpferd zum beispiel sich nicht so viele hintrauen weil man natürlich da runterfallen könnte wenn das wasser fällt dann auch ähm sofort tot ist aber ich meine ähm ähm naja gut das da riskiere ich dann einfach das einmal was aber hier zum beispiel da äh bekomme ich so gut wie nie kisten ich hoffe mal ich naja naja so gehen wir einmal nach oben da sind wir ja schon oben jetzt so gucken kisten kisten da ist ein bogen den will ich haben danke äh so den ich kann natürlich mit dem bogen ohne pfeile auch nicht anfangen schon noch sieben sekunden super ist echt wieder traumhaft ich habe keine kiste keine einzige kiste na ach ich ach man jetzt bin ich auch noch detective super wie soll ich denn detective ohne ohne alles detective ohne alles ich habe noch nicht mein schwert ich habe keinen bogen na gut bogen schon aber ich habe keine pfeile habe kein schwert das ist ja mal wieder eine traumhafte runde ähm ich glaube einmal mit einem anderen detect so ein bisschen in der nähe und guck dann nochmal sword so der hat auch noch kein schwert äh mal gucken wie ist denn so ich glaube einmal in der nähe hier so und guck mich einmal um ich kenne die mit auch noch nicht ganz so gut muss ich dazu sagen hm okay das war ein schräter da hat er schon mal wir machen das die anderen immer bloß ich meine mit dem stock kann ich ja gucken äh wer war bei einer leiche wer den getötet hat aber äh damals konnten wir so oft machen wie er möchte heute ist das nur einmal und äh das ist alles noch ein bisschen ähm ich kann das einer noch nicht so gut muss ich dazu sagen das ist einfach etwas was ich jetzt das spiel diese map beherrsche ich einer noch nicht so gut deswegen ja ich bin auch noch am üben wie er wie er dann ja genau so so ähm gibt es denn irgendwo eine kiste das wäre echt äh äh das wäre echt super ich könnte zwar jetzt irgendwo noch ein schwert fragen im chat aber ich glaube nicht dass es mir so viel bringt ich hätte gerne auch eine kiste eine kiste brauche ich nur eine kiste ohne kiste ist das ganze ein bisschen blöd hier äh ohne kiste ohne schwert mann nein 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 du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht ich brauche einen okay er noch mal raus ins haus ich bin ja ein mann ich wollte eigentlich ins haus rein aber ich meine das war jetzt gerade noch rettung in letzter sekunde ich habe leider ich habe keine waffe ich kann mich nicht gegen den wehren das ist äh blöd aber jetzt habe ich einen jetzt habe ich einen bogen jetzt habe ich einen bogen super äh äh ein pfeil ein pfeil für den bogen naja äh ach das ist blöd ohne kisten ist es echt blöd so wurde umgebracht super ähm da ist ein schwert da ist ein schwert super so ach gut dann habe ich jetzt wenigstens schon mal ein holzschwert das war jetzt nicht das beste aber trotzdem ähm kann ich mich damit wehren ich gucke einer meint mich hier oben mal so ein bisschen um ich weiß nicht ob das so klug ist ich gehe erstmal zu der Masse die Masse ist ja unten äh dann gucke ich doch mal da unten ich glaube als Detektiv sollte man eher ne der Innocent bleiben um zu gucken oder der Traitor oder was auch immer ich weiß ja nicht ich kann es ja als Detektiv nicht sehen da ist noch eine Ender-Schist da ist noch eine Ender-Schist äh äh ah okay okay jetzt weiß ich warum die doch da stand ach das ist doch gemein das ist alles gemein hier das ist alles gemein man gut ich kenne mich halt hier drin nicht so gut aus in der Map das habt ihr ja vielleicht gesehen aber das nächste Mal wird es auf jeden Fall besser mal gucken ach eine Runde mache ich noch ähm ja und das wird wahrscheinlich eher so ein ähm nenne ich das nun gleich äh become a pro oder so ich werde im Moment bin ich noch nicht so gut aber das wird sich im Laufe der Let's Play Minecraft Trouble in Minecraft folgen bestimmt noch verbessern so Votes ähm ich muss halt noch üben das ist natürlich alles für mich noch ein bisschen im Moment noch was schwer äh Clockworld Island nehme ich ja nochmal schon wieder Vot 5 dreimal Vot 5 ineinander ähm so dann ja jetzt gleich los 75 Sekunden ich mache mal wieder einen Cut und dann äh ja sehen wir uns gleich wieder so Clockworld Island hat gewonnen und dann geht es in 6 Sekunden los ähm die Laser Gurke Laser Gurke hat es gerade im Chat geschrieben Laser Gurke schon krumme ungewöhnliche Namen so es geht los wir sind Clockworld Island hier gibt es ja genug Kisten ich will Kisten nein 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 also was sind das für Leute hier es sind ja echt gierig wie äh man ich will aber also nicht dass es schon wieder so so los geht wie eben in der Runde das war echt ätzend ich muss mal üben ich muss mal versuchen ein bisschen deutlicher zu sprechen wenn ich so schnell spreche dann ist es ein bisschen undeutlich immer muss ich mal gucken dass ich da ein bisschen ähm ja für euch deutlicher spreche sonst ähm versteht es kein Mensch wenn wir irgendwie so angewürgt um immer was schneller zu werden so ähm jetzt muss ich kurz oh da unten ist eine Kiste nein die die gehört mir ach ja super der geht da auch nicht hin oder doch er geht da doch hin das ist meine na man und jetzt ich habe nichts also irgendwie habe ich das Talent mir in eine Kiste abzukriegen ähm aber naja naja so ich bin innocent hatte ich nicht mal gesagt dass ich mal Traitor sein möchte keiner gönnt mir diesen Gefallen naja so Kiste brauche ich gibt es hier drum Kisten? bestimmt aber muss natürlich erstmal hier für ah da da so Bogen aber wenigstens schon mal einen Bogen mit 32 Fallen ist ja auch schon mal super kannst du mich angreifen? ne wieder nicht ist er wahrscheinlich auch Inno oder er kennt das Spiel einfach nicht aber ich denke ich schätze mal eher erstes also dass er Inno ist weil ich denke mal nicht dass jemand das das Spiel spielt wenn man es nicht kann aber obwohl obwohl wenn ich jetzt einen Random Killer betrachte ach gut da sag ich mal nichts mehr zu das habt ihr ja letzte Folge schon deutlich gehört ähm ich bin Inno Center gehe ich da einmal in den Traitor äh Tester jetzt bin ich dran natürlich guckt bei mir niemand zu ist ja auch super wie soll ich die von meiner Unschuld beweisen wenn ich doch ach man egal ähm so jetzt hätte ich gerne noch ein Schwert 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 äh gibt es hier irgendwo noch ein Schwert 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 vielleicht da oben hier oben war ich auch noch nie muss ich dazu sagen so oft spiele ich Trouble in meinen Bildern doch nicht dass ich alle Maps auch in und auswendig kenne ähm hier nicht hier ist eine Leiter die führt immer wieder nur nach unten oh man oh man ich brauche noch ein Schwert noch ein Schwert für mich nicht leider nicht leider ist kein Schwert da also jedenfalls keine Kiste gerade so die so offensichtlich da steht ähm aber manche andere haben auch das Problem wie man sieht ich gehe einmal wieder nach unten ach man da war ein Schwert dabei hm ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was mache ich denn jetzt ich gucke mal aber kurz draußen bei dem Schiff also es wurden wieder Traitern das ist halt getötet ich denke mal da müsste ich auf dem Schiff eigentlich recht sicher sein hoffe ich mal dam dam so ist hier wenigstens eine Kiste für mich scheinbar nicht das hier waren Innocent gestorben aber ich glaube ne ja ne gehe ich mal wieder nach oben irgendwie bin ich doch in Kisten finde ich nicht so talentiert da ist da kann ich ein Schwert mitnehmen super ähm zwei Sticks zwei Sticks woher habe ich denn die Stücke ach war da ein Detective gestorben erscheint kann ich den Stock auch anwenden das würde ich mir fragen ob ich das auch kann als ne kann ich nicht geht nur als Detective ähm naja jetzt ist nur die Frage wie gehe ich vor also wirklich Innocent da schreibt bitte noch ein paar Tipps in die Kommentare was ich als Innocent machen soll weil irgendwie habe ich als Innocent dann doch irgendwie noch auch wenn es riesen Spaß macht trotzdem aber als Innocent bin ich dann doch irgendwie noch nicht so ähm gut dass ich genau weiß wie ich gezielt an die Leute rangehe herausfinde wer das ist ähm das ist dann doch noch ein bisschen schwierig aber das wird sich auch noch bessern also ich werde während des Spiels dann auch noch hoffentlich immer besser werden achso soll ich eben nochmal einen Tester na gut da 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 so hätte ich aber gern noch eine Kiste äh eine Kiste äh eine Kiste habe ich jetzt ja aber ich meine ich will will gerne ähm ja mal irgendwas schaffen ich laufe die ganze Zeit nur so sinnlos rum und irgendwie weiß ich noch nicht hab da ich geh mal kurz hoch zum Haus an und mal gucken wie das so aussieht vielleicht sehen wir da ja irgendetwas besonderes aber ich ist einfach so ich bin da jetzt noch nicht so geübt drin und deswegen ähm ja deswegen äh also in Innocent sein nicht so geübt als Traitor sieht das wieder anders aus da kann ich das ganze schon ein bisschen besser aber als Innocent ist es äh ja bin ich da noch nicht so geübt drin weil ich ja noch nicht genau weiß wie ich das ganze angehen soll schreibt dazu bitte auch noch ein paar Kommentare und dann das nächste wenn ich dann Trouble in Minecraft spiele dann und ich Innocent werde dann werde ich die auch anwenden diese äh Strategien die er mir da in die Kommentare schreibt also wenn ich mal hoffe dass er mir auch überhaupt Strategien in die Kommentare schreibt ich denke mal so viele Leute gucken meine Videos momentan auch noch nicht also ich meine ich hab zwar schon ich meine das sind 167 Abunden das ist natürlich schon einiges aber trotzdem ist es im Vergleich zu jetzt anderen großen YouTubern die jetzt da regelmäßig Kommentare äh wo jetzt die Leute regelmäßig Kommentare schreiben natürlich wieder etwas ganz anderes na klar 167 ist auch viel aber trotzdem jetzt nicht das äh gibt es natürlich immer noch größere mit den mehreren tausenden das natürlich kann man gar nicht vergleichen aber trotzdem ich meine da gibt es natürlich noch viel größere Maßstäbe ähm kann ich die Stöcke eigentlich auch wegwerfen und ich denke mal das muss ich ja noch üben hier als Innocent zu spielen das ist aber wann Innocent das ist ja auch Übungssache als Innocent hier gut zu spielen das ist wie bei jedem anderen Spiel auch man muss üben bevor man gut ist sonst äh kriegt man das nicht hin aber ich meine es sind nur noch 5 Leute da mit mir zusammengerechnet also außer mir 4 Leute und einer davon muss ein Traitor sein Boomfalk ist ein Detektiv also der schon mal nicht dann bleiben noch Ruben Buben ähm da Mojang LP der ist ein denk mal ein Innocent weil der hat den sonst hätte den Traitor den Detektiv schon längst umgebracht Ruben Buben hat grad auch nichts getan aber das muss ja nichts unbedingt heißen wenn der jetzt in den Tester geht na jetzt geht er an testen dann bin ich ja mal gespannt dann würde er nur noch da da er dann übrig bleibt okay dann war er der ach man das habe ich die Lampen nicht gesehen ne dann war er der letzte Traitor so ich habe nochmal 100 Tokens bekommen äh ja und dann geht das Spiel jetzt auch zu Ende und dann ähm ja würde ich sagen war es das auch für dieses Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch eine positive Bewertung da ähm in Form eines Daumens nach oben und sonst halt ähm ja eine negative wenn es euch nicht gefallen hat damit ich einfach so eine Übersicht habe ähm und ja Kommentar würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen also Kommentar oder Kritik oder was auch immer und halt auch Hilfen äh also eure Strategien ähm rein bitte in die Kommentare schreiben wenn ihr auch ab und zu mal ähm Trouble in Minecraft spielt und ähm ihr euch damit auskennt dann schreibt doch bitte eine Strategie mal in die Kommentare also mir einfach damit ich mir damit ich mir einfach mal damit ich einfach mal eine Hilfe habe wie ich als Innocent dann ähm ja auch mal vorankommen kann weil es so ist es ja schon ähm ja nicht ganz so schön wenn ich die ganze Zeit nur rumrenne und dann da nichts schaffe und so weiter und so fort also das ist dann einfach wer fände ich sehr nett von euch wenn ihr mal eine Strategie in die Kommentare schreiben könntet wie ich es äh was ich als wie ich das ganze Innocent sein äh so ähm ja angehen soll genau dann war's das und dann bis zum nächsten Mal